Mit Bessitz kann man sogar laufen. Das zeige ich euch gleich auch gleich mal. Tag, sehr elikant! Bis sie irgendwas interessantes finden, was sie beschnüffeln müssen. Da sind sie. Und weiter geht's. Huxley-Kamp! Genau. So sieht das aus. Nachher will ich es noch mal ausprobieren, ob Elli an einem Hoverboard läuft oder Huxley. Mal gucken. Erstmal mit einem von beiden. Elli ist eher die sportlichere. Wir gucken mal. Ich werde berichten und ihr werdet sehen. Ich werde es noch mal ausprobieren.